Es gibt nur zwei Arten von Abgeordneten. Die einen sind Psycho. Die anderen Banane. Sie haben mich zum Präsidenten gewählt. Martin Kraft, ich bin der Kabinettschef des Parlamentskundes. Sie hat mich im Stich gelassen, Sammy. Sammy! Großer Gott, sieht der traurig aus. Du hast doch im Grunde nur eine Aufgabe, Martin. Es ist doch nur Michel Speckler. Der kann doch keinen großen Schaden anrichten. Scheiße. Das ist ein Gefängnis hier. Er ist uns entwischt. Wenn die Kommission das rausfindet, dass wir uns hier beliehen wie die Idioten, dann nehmen die uns doch überhaupt nicht mehr aus. Schnauze! Halt die die Schnauze! Scheiße.